Hi Leute, willkommen bei WK Investiert. Heute machen wir mal ein Video über Bitcoin Gold. Soll ja bald kommen, also wieder ein neuer Hard Fork. Ich hatte ja schon zum letzten Fork, also Bitcoin Cash, im August 1 gemacht. Und ja, jetzt mache ich auch eins für Bitcoin Gold, für die Neueren, die jetzt bei Bitcoin Cash nicht dabei waren. Oder einfach nochmal so ein bisschen eine Auffrischung brauchen, was denn überhaupt Bitcoin Gold jetzt wieder ist. Und was ein Hard Fork ist und dass halt eben noch ein Hard Fork demnächst kommt. Und wahrscheinlich irgendwann im, ich weiß gar nicht genau, ich glaube November oder sowas kommt es. Aber das ist jetzt erstmal gar nicht Thema. Jetzt ist erstmal Bitcoin Gold Thema. Ihr seht schon hier, das ist die Homepage von Bitcoin Gold. Da ist jetzt noch nicht allzu viel drauf. Aber die haben hier schon mal das Datum vom Snapshot gemacht. Das heißt an dem Datum, also am 25. Oktober, der ist ja jetzt dann bald in 10 Tagen, dort wird es interessant. Denn dort zählt letztendlich, was du auf deiner Bitcoin Adresse an Bitcoins hast. Und die werden festgehalten und genauso viele Bitcoins, beziehungsweise die Anzahl davon, bekommst du auch in Bitcoin Gold zusätzlich. Das heißt im Prinzip, du hast ein Bitcoin auf deiner Wallet am 25. Das wird festgehalten und dann zum Fork kriegst du quasi ein Bitcoin Gold automatisch. Ist dann quasi auch die gleiche Adresse, weil sich das Ganze abspaltet. Ich habe jetzt mal hier so ein Bild rausgesucht. Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt keinen Querverweis gemacht, weil so viel künstlerische Eleganz hat es jetzt nicht. Deswegen habe ich es von irgendeiner Seite. Ich kann es nicht genau sagen. Ich habe es aber nicht selber gemacht. Aber ich glaube, es wird mir jetzt nicht übel genommen. Auf jeden Fall ist es so, das sind hier quasi dargestellt als die Blöcke von Bitcoin letztendlich. Und das spaltet sich dann nachher auf. Es ist jetzt mal hier so ein bisschen drastisch dargestellt. Einmal in A, also Bitcoin, läuft dann quasi hier oben weiter. Und Bitcoin Gold wird dann hier unten als zweite Chain weiterlaufen. Und das wird dann hier weitergeführt und auch hier. Das sieht man jetzt im nächsten Bild. Also hier läuft quasi Bitcoin Gold durch. Das hier wäre quasi dann der Snapshot, also der 25. Oktober. Und dann beim neuen Block, also sobald der neue Block steht, haben wir quasi auch hier bei Bitcoin Gold unseren ersten Block. Und hier ist ausschlaggebend quasi, weil hier wird quasi deine Adresse mitgenommen. Und hier wird an dem Tag, muss deine Adresse einfach so und so viel Bitcoins haben, damit du die auch hier und hier an beiden Chains quasi hältst. Und somit hast du quasi, wenn du jetzt, wir gehen immer mal jetzt von diesen einen Bitcoin aus, dann hast du hier oben in der Haupt-Bitcoin-Chain weiterhin ein Bitcoin. Und zusätzlich dann nach dem Snapshot eben, wenn der erste Block von Bitcoin Gold gemeint wurde, hast du hier auch einen Bitcoin Gold. Also soweit zum Verständnis. Das heißt, dann kriegst du zusätzlich, inwiefern dann die Preisgestaltung ausschaut. Ist schwierig. Momentan ist jetzt der Bitcoin-Preis auch gerade ansteigen. Wahrscheinlich kaufen auch aktuell gerade sehr viele Leute Bitcoin. Genau aus dem Grund, dass sie halt hier diesen, ich sage jetzt mal, Freecoin dazu mitnehmen. Beim Bitcoin Cash letztes Mal war es eigentlich ein Freecoin, weil der Preis hat sich nicht viel verändert von Bitcoin selber. Und Bitcoin Cash gab es im Prinzip einfach kostenlos dazu. Und das war für den einen oder anderen dann doch schon sehr viel. Und eigentlich auch ganz lukrativ. Genau. Ich werde euch nochmal das Video hier oben verlinken. Das könnt ihr euch anschauen. Und zwar geht es da prinzipiell immer darum, dass man von seiner Bitcoin-Adresse, wo die Bitcoins drauf liegen, auch den Private Key hält. Beziehungsweise einfach den Seed der Wallet, also den Pass-France. Aber das ist jetzt auch zu kompliziert. Ich denke, es reicht aus, wenn ich euch sage, schaut das Video an. Dort kann man quasi sehen, wie man sich einen Private Key bei Blockchain Info hält. Rein theoretisch reicht auch eine Wallet bei Blockchain Info. Denn dort ist das Wiederherstellungspasswort auch ein Pass-France, also ein Seed, mit dem man seine Wallet dann auch wieder bei Bitcoin Gold einlösen kann. Bitcoin Gold wird wahrscheinlich, also zumindest laut aktuellen Informationen, am 1. November die Wallet starten. Und dort könnt ihr dann quasi die Adresse, auf der die Bitcoins damals gelegen sind, importieren. Und dort habt ihr auch dann Zugriff auf eure Bitcoin Gold. Und ja, entweder ihr haltet die einfach oder ihr schickt sie an eine beliebige Börse, also Bittrex, Bitfinex, gibt es ja ziemlich viel. Und dort könnt ihr die dann auch wieder umtauschen, von mir aus auch wieder in Bitcoin zurück. Ja, das war es eigentlich soweit zu Bitcoin Gold. Mal so eine Information, das ist im Prinzip für die alten Hasen nichts Neues. Das ist wie Bitcoin Cash. Und für die Neuen, wie gesagt, das Video, was ich vorhin verlinkt hatte, dort ist ganz wichtig, einfach den Private Key zu halten, beziehungsweise einfach bei Blockchain Info eine Wallet zu haben, mit dem Wiederherstellungspasswort. Das sind so die zwei ausschlaggebenden Dinge. Ich werde dann auch nochmal ein Video machen, wenn die Wallet da ist von Bitcoin Gold, wie man die denn einlöst. Aber jetzt erstmal nur vorsorglich zur Absicherung, dass jeder auch das so macht, dass man es nachher herstellen kann. Und das ist eigentlich ganz wichtig. Das ist der wichtige Punkt. Und das war es auch erstmal zu Bitcoin Gold. Weil mehr kann ich nicht sagen, mehr weiß ich nicht. Ihr seht selber hier auf der Homepage, kann man nicht viel sehen. Man weiß auch noch nicht, wie der Preis sich gestalten wird. Aber das wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Ich meine, frei ist frei. Und selbst wenn er nur ein Euro wert wäre, ist es immerhin ein Euro. Also ich sage mal so, man weiß es nicht. Ich denke, dass er schon ein bisschen mehr wert ist. Aber das wird sich dann zeigen, wenn es soweit ist. Okay, dann war es das soweit von mir. Ich verabschiede mich. Viel Spaß, Leute. Ciao.